Nummer eingeben, schon geht es auf. Ah, Schmidt, Anita. Ups, da kommt der Schlüssel von draus. So, dann schauen wir, anbei finden Sie den Zimmerschlüssel. Mit dem Schlüsselanhänger können Sie die Zimmernummer entnehmen. 3, 2, 5, 0. Finde ich gemarkert hier. Der Stromzimmer wird nur mit dem Zimmerschlüssel geschaltet, jawohl. Wir bitten Sie, den Meldeschein der Kurkarte zu unterschreiben. Da haben wir ein paar Scheine noch ab drin. Die ist für mich. Und das werde ich gleich hier. Zu dem finden Sie dann den Kurkarten. Das Frühstück finde ich im ersten Stock. Das wäre hier dann direkt oben. Gut. Und bei der Abreise werfe ich meinen Schlüssel dann wieder hier rein. Das ist vor demachen, was nicht zufrieden. Den Moment. Ist Oke. Wir schauen.